Also, ich weiß jetzt nicht, ob das ein normaler Teil des Spiels ist oder der nur so selten benutzt wird, oder was, ähm, auf jeden Fall, wahrscheinlich, jedenfalls halten die da so drin, was bedeutet, ich kann jetzt einfach, sollte, der Rest sollte einfach sein, eigentlich. Ne, ich habe auch schon lange nicht mehr Brattle 2 gespielt oder so, da könnte es vielleicht so, gar so benutzt worden sein. Ich habe jedenfalls nichts gespielt, bei dem es so benutzt worden wäre. So, das, nein, das kann erstmal hier drin bleiben. Das ist okay. Erstmal. Halt, aber wenn ich den aus, genau, wenn ich den auslöse, ähm, dann verschwinden meine Portale. Das heißt, ich, ne, ich habe die Portale ja jetzt. Ähm, ich nehme einfach länger drauf, wie ich draufstehe. Geht auch. Ähm, ist ja kein Problem. Ich muss mir sowieso gerade mal Cola nachschenken. Ja, und? Dann habe ich Zeit, um die Portale zu setzen. Ohne größere Probleme. So. Also. Wie es aussieht. Wie es aussieht. Ist das alles kein allzu großes Problem. Wir holen jetzt hier noch den Würfel raus. So. Und jetzt können wir an sich das Ding hier auch hier runterholen, weil jetzt braucht man die Tür da offen nicht mehr. so. Den Würfel. Hm, geht das da auch? Lüsste ja, wenn das so. Ja. Ähm, und? Die Kugel. Okay. Die Kugel. Und, ähm. Und das letzte Dritte hier. Da muss dann mein Doppelgänger draufstehen. Oder halt mein jetziges Ich. Ähm. Während ich dann in der Zukunft oder Vergangenheit oder Gegenwart oder was auch immer. Ähm. Und dann. So. Und so wird das gemacht. Ja. Hat geklappt. Da bin ich mal gespannt, ob ich Gleilers so retten kann. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das sollte, aber ähm, davon abgesehen, ob ich es kann, ist ja trotzdem eine Frage. Eine offene. Ähm. Was haben wir denn hier? Äh. Hö? 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 Okay. man hat eine bestimmte Zeit und es gibt da vier Stück hier haben wir nur zwei anscheinend, die gebaut werden passiert sonst noch was außer dass zwei gebaut werden nein ähm aber ich sehe etwas, das passiert okay okay, dann ist gut die Frage ist jetzt wie wir es machen ich drücke mal hier drauf und dann auch ab diesem Zeitpunkt ähm hier hin hier hin okay das geht nein das geht nicht was ich aufnehmen müsste wäre was wäre die andere Seite und zwar so und dann hier stehen bleiben und was ich mache ist das zeitkritische und dann Okay. Ah, ja. Ich sehe, was passiert ist. Also machen wir das Ganze nochmal. Dann machen wir das Ganze nochmal und diesmal reagiere ich entsprechend. Na, na, na. Nein, da kann ich nicht durchschießen. Ah. Da hinten. Hm. Das sieht aus, als sollte man da ein Portal dran setzen können. Nicht. Was ist das denn dann da? Dann verstehe ich's nicht. Dann verstehe ich's nicht. Dann verstehe ich's nicht. Äh, vielleicht. Natürlich. Natürlich bringt mir das nichts, ein Portal zu haben, wenn ich wieder hier stehen bleibe. Das ist natürlich, mhm. Die Sache. Das ist doch das. Wie soll das jetzt funktionieren? Ich wollte hier unten ja eigentlich nur mal reinschauen. Ich wollte nicht hier unten festsitzen. Äh, wie geht's damit? Ob mir das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Ich bezweifle es, aber... Und die haben sogar beides hier. Laser und, ähm, Emanzipationsgrill. Ne, ich muss da runter. Nur, irgendwie scheint mir das hier unmöglich zu sein, was man hier machen soll. Ich mein, gut, das hier geht weg, aber da hinten kann man kein Portal dran. Vielleicht kam... Vielleicht kam er ans. Vielleicht war ich wirklich nicht schnell genug. Das könnte sein. Das wäre aber das Einzige, was irgendwie helfen könnte, wenn ich wirklich noch ein... ...irgendwie vorher noch ein paar Sekunden rausschlagen kann. Alles andere bringt mir nichts. Und ich glaube, ich will lieber das hier aufnehmen. Dann hab ich mehr Zeit mich um. Das zu kümmern. Worum ich mich kümmern muss. Es geht. Man kann da hinten was setzen. Ich muss dann nur noch genug Zeit haben, um hier noch schnell was zu setzen und durchzukommen, bevor das hier wieder angeht. Das wird gar nicht so einfach sein. Das wird gar nicht so einfach sein. Ja, da muss ich mehrmals hier jetzt die Routen optimieren und alles. Das wird ein bisschen dauern, glaube ich. Ich melde mich wieder, wenn ich es geschafft habe.